Von Wolfsburg sind wir noch ein kurzes Stück bis Braunschweig gefahren. Hier haben wir den Treuburgweg. Es sind auch weitere Straßen von den Vertreibungsgebieten, zum Beispiel Glogau haben wir eben gesehen, hier in der Nähe. Ja, die Treuburgstraße ist relativ klein, sechs Häuser, scheint mir fünf davon Fertighäuser. Aber immerhin, es ist eine Treuburgstraße, unsere Patenstadt ist damit auch bedient. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und gleich geht es dann noch weiter in unsere andere Patenstadt. In Braunschweig gibt es nämlich auch noch eine Rathiburgstraße. Wir freuen uns auf jeden Fall.